Hallo alle miteinander, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Die neueste Tantram ist fertig, wiederum A. Acobono e Pygmy. Ich zeige es nochmal einmal. Von der Seite und diese Seite. So, ich habe an den Tönen wieder ein bisschen gearbeitet. Die hier sind jetzt nochmal ein bisschen klarer als die nächsten, als die letzten. Die Schnittbreiten habe ich halt verändert. So, das hier wäre die E-Saite. Die Schnittbreiten Ja. Und die andere Seite wäre dann auf A. Acobono bestimmt. Ja. 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 So. Ja. 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 Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020